Hey ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem neuen YouTube-Video wieder mit dabei seid. Mein Name ist Alexandra Ewang vom Kanal AlexandraEwangFotografie. Der Instagram-Account heißt alexlovesnelli und um diesen geht es auch so ein bisschen, aber eben nur am Rande, denn hauptsächlich geht es um diesen Kalender hier. Das ist mein Pferdeliebe-Kalender, der ist jetzt im dritten Jahr, nicht im dritten Jahr, sondern zum dritten Mal erschienen. Diesen Kalender könnt ihr überall kaufen, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wo auch immer ihr möchtet, wenn ihr den bei uns im Shop holt, dann auch mit persönlicher Signatur, also dann unterschreibe ich euch den noch, wenn ihr das möchtet, könnt ihr einfach mit angeben, geht aber natürlich auch ohne. Und dieser Kalender ist statt zwölf Bildern mit 24 Bildern, das heißt, ihr habt jeden Monat wirklich die Wahl, welches Bild ihr euch im Zimmer habt oder ihr könnt natürlich auch wechseln, je nachdem, wie ihr möchtet. Ja und zwar war es so, dass ich auf Instagram, ich habe ja gerade schon mal den Kanal genannt, Alex Lapsnelli, gefragt habe, welche Bilder von diesen 24, also quasi die Qual der Wahl, welche ihr nochmal genauer beschrieben haben möchtet. Denn ich bin der Meinung, dass es ein bisschen lange dauert, wenn ich euch wirklich jedes Bild ausführlich beschreibe, dann werden es auf jeden Fall einige Videos, kann man vielleicht auch nochmal machen, wenn ihr sagt, okay, ich habe da mega Interesse dran, dann ab damit als Kommentar, dann kann ich ja nochmal überlegen, ob das nochmal eine Idee wäre. Ansonsten war es jetzt tatsächlich so, dass wir auf Instagram eine Abstimmung gemacht haben, ihr immer zwischen vier Bildern wählen konntet, welches von den vier ihr beschrieben haben möchtet. Und ich rede gar nicht so lange drum rum, damit starten wir schon jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und zwar mit dem ersten Bild, das ist Brego. Und Brego kennt der ein oder andere vielleicht auch schon. Brego ist im Besitz von Anja Mertens. Er ist mittlerweile Filmpferd, das heißt, er hat in schon einigen Filmen mitgemacht. Und dieses Foto ist, ich glaube, wie man unschwer erkennen kann, im Winter entstanden. Das Ganze ist ein freies Projekt und auch relativ spontan entstanden. Und zwar ist es so, dass ich mit Anja befreundet bin, wir uns eh relativ regelmäßig hören und dann Schnee da war, was im rheinisch-bergischen Kreis gar nicht so oft stattfindet. Also vor allem Richtung Köln und Düsseldorf ist der Schneefall doch in den letzten Jahren eher gering gewesen. Das heißt, es ist sehr besonders und ihr seht auch, dass wir schon gar nicht mehr so viel Schnee hatten. Also auch im Hintergrund ist wirklich nur noch relativ wenig Schnee zu sehen. Ja, dieses Bild, wie gesagt, freies Projekt, relativ spontan. Und in der Kalendervariation müsste ich übrigens mal angucken. Ihr seht, dass Brego hier auf dem Hintern noch ziemlich dreckig ist. Hier im Kalender wurde das tatsächlich noch weggemacht, dieser Dreckfleck. Das vielleicht noch so als kleine Anekdote zur Bildbearbeitung hinterher. Das Futter ist so entstanden, dass Brego auf einer Weide war, einer relativ kleinen Weide, beziehungsweise nicht so viel Platz, was für Freilaufbilder tatsächlich ziemlich praktisch ist. Wenn wir Freilaufbilder auf einer riesengroßen Weide machen, dann kann das Pferd ja sonst wohin laufen und dann kann es dementsprechend schwierig werden, das perfekte Bild in der perfekten Kulisse zu machen, weil es vielleicht über alle Berge ist, wo ihr sagt, okay, so komme ich gar nicht mehr dran, vielleicht mit der Optik nicht oder einfach so viel Platz zwischen dir als Fotograf und eben dem Pferd als Motiv ist. Deswegen eignen sich kleinere Weiden für solche Actionfotos, wo das Pferd eben frei ist, doch im Grunde ziemlich gut. Bei der Weide war die Schwierigkeit, dass wir auf der einen Seite so eine ganz große Halle haben, die als Hintergrund eher weniger schön war und dann hatte die Weide noch eine Steigung, also war so, ja nicht stark, aber es ging so ein bisschen bergab. Das war eben auch so ein bisschen das Problem, dass er eben dementsprechend auch schön auf dieser Wiese laufen kann und ich den perfekten Hintergrund habe. Auf der einen Seite war der E-Zaun, also er steigt quasi gegen den E-Zaun. Hinten war das Gebäude, also die Halle und es war nur in dieser eine Richtung, in die ich ihn eben auch fotografiert habe, ihr seht es hier auf dem Bild, in den Bäumen ziemlich schön vom Hintergrund. Es war schon relativ dunkel, das Bild ist abends entstanden, also ja, relativ dunkel im Winter wird es, wie wir alle wissen, im Moment ist es auch so ziemlich, ziemlich früh dunkel generell. Hier war es schon eher später abends. Ich kann mal gucken, ich hatte mir eben mal ein Screenshot von den EXIF-Daten gemacht, ob ich auch hier sehen kann, ja, um wie viel Uhr ich das fotografiert habe. Das war am 31.01.2019, also in diesem Jahr und hier steht, wenn das stimmt, wenn ich die Kamera richtig eingestellt hatte, um 18.09 Uhr, also wirklich schon relativ spät. Ich weiß jetzt nicht, wann es im Januar mal dunkel wird, aber das kommt schon hin, also wirklich kurz bevor es dann wirklich dunkel war. Und zu den EXIF-Daten generell, das ist mit einem 1.250. fotografiert, also mit einer sehr, sehr kurzen Belichtungszeit, um den Moment des Steigens eben perfekt einzufrieren. Ich habe hier mit einer Blende 4 gearbeitet, also etwas abgeblendet, weil er ja eben frei steigt. Also er hatte ja auch kein Halfter oder so vorher drauf, es ist nicht wegretuschiert worden. Wir waren ja auf der Weide, Anja hat mit ihm zusammen gespielt, super, super schön und ihn alle eben aus dem Steigen heraus, aus dem Spielen heraus, sorry, aus dem Spielen heraus steigen lassen. Und ich finde, man sieht es auf seinen Blick an. Ich finde, die Mähne fliegt in diesem Moment total schön. Er sieht von seinem Auge so ein bisschen schelmisch aus und ich finde, man sieht, dass er in diesem Moment auch einfach unfassbar viel Freude hat. Beide Ohren sind vorne, er guckt Anja an und das ist so dieser Moment, ja, der Kommunikation zwischen Anja und ihrem Dregel und das mag ich eben auch unwahrscheinlich gerne. Kommen wir nochmal zur Blende zurück. Blende 4 hatte ich gerade schon gesagt, um eben einen größtmöglichen Schärfebereich zu haben, weil ich eben nicht so ganz hundertprozentig genau einschätzen konnte, wo er eben steigt. Vom Bildausschnitt ist es übrigens genau so original. Also es ist nicht nochmal in Photoshop hinterher herangeholt, sondern es ist wirklich genauso fotografiert und die ISO war auf 1250. Also 1250 Stell von der Belichtungszeit, Blende 4, ISO 1250, fotografiert am 31.01.2019. Wer weiß, ob wir in 2020 wieder Schnee haben. Vielleicht ja auch im Januar und vielleicht sehen wir beide uns dann zu einem Schneeshooting. Wenn du Lust drauf hast, dann schreib uns doch einfach mal ganz unverbindlich eine E-Mail. Uhrzeit hatte ich eben gesagt, 18.09 Uhr, falls ich das richtig eingestellt hatte, in der Kamera. Genau, soviel zu diesem Bild. Letztes Licht des Tages. Tanzen der Rego um Schnee entstanden auf einer kleinen Wiese. Wirklich aus dem Spiel mit seiner Besitzerin Anja heraus. Und ich finde das ganze Bild auch von der Gesamtkomposition einfach wahnsinnig schön. Ich bin sehr froh, dass es direkt in den Kalender gekommen ist. Dieses Bild ziert den Januar. Weiter geht's zu diesem Foto. Und das sind Lea und Jay, die ihr hier seht. Und das ist das einzige Bild, deswegen hatte ich das so ein bisschen vorbehalten, was nicht auf 300 mm fotografiert ist. Was eben bedeutet, dass alle anderen Bilder, die ihr eben gesehen habt, auf 300 mm, das ist eine Festbrennweite. Ich benutze die Festbrennweite von der Firma Nikon, fotografiert sind. Die Festbrennweite kann ich maximal mit der Blende 2,8 fotografieren. Und dieses Foto, was ihr jetzt seht, das ist mit dem Sigma 180 mm fotografiert. Das mag ich auch mega, mega gerne. Also es ist ein ganz, ganz tolles Objektiv. Hier habe ich die Blende 4,5 benutzt, aber ich könnte bei dem Makroobjektiv auch Blende 2,8 benutzen. Aber wie gesagt, auch Blende 4,5, eben aus dem Grund, dass Jay und Lea, und Jay ist das Pferd übrigens eine Konnemara-Stute, so ein bisschen Abstand zueinander haben. Und damit beide eben bestmöglich scharf sind, habe ich hier in diesem Moment etwas abgeblendet. Dieses Foto, was ihr hier seht, ist eines meiner absoluten Favorite-Fotos aus diesem Jahr. Und das hat in der Abstimmung tatsächlich auch haushoch gewonnen. Also ihr liebt es genauso sehr wie ich, was mich total gefreut hat. Ich finde es so schön, weil es so ungestellt ist. Und ich mag diese Aufmerksamkeit in Jays Blick und ihrem Ohr, was Lea fast, ja, so ein bisschen umschließt, wenn man es so weiterführen würde. Ich mag ihren glücklichen Blick und auch so ein bisschen demütigen Blick vor Jay. Und ich finde dieses Bokeh, was ihr hier im Vordergrund seht, also diese Unschärfe, einfach super spannend, weil wir einen Blick ins Bild rein haben. Es ist kein direkter Blick, sondern es ist fast so ein bisschen geheimnisvoll, finde ich. Geheimnisvoll durch die Blüten hier eben im Vordergrund, also es ist ein Blütenbaum, ich weiß nicht genau, ob es ein Apfelbaum war, durch den ich eben durchfotografiert habe. Also ich als Fotograf stehe hinter dem Baum und habe mir die Perspektive zunutze gemacht und durch diesen Blütenbaum durchfotografiert, um eben diese Unschärfe hier vorne zu bekommen. Ich hatte gerade schon gesagt, Blende 4,5 von der Belichtungszeit war es 1,800, also auch wieder eine recht kurze Belichtungszeit, um unerwartete Momente eben perfekt einzufrieren und ISO 500 in diesem Fall. Das Foto habe ich fotografiert am 8.04.2019, ziemlich früh morgens in diesem Jahr, und zwar um kurz vor 8. Also es ist ein Morgenshooting, aber hier kein Morgenlicht. Es sind allerdings noch andere Bilder aus dieser Serie, wo wir wirklich auch noch Morgenlicht hatten, also Gegenlichtbilder gemacht haben auf dem Reitplatz, wo die Sonne aufgegangen sind. Müsst ihr euch mal angucken, die habe ich auch alle auf Instagram gepostet, Alex Love's Nelly heißt der Kanal. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, macht das sehr, sehr gerne. Und dieses Bild vielleicht noch so ein bisschen zur Geschichte zwischen Lea und mir, ist ein Kundenshooting. Und Lea hatte das Shooting geschenkt bekommen von ihrer Familie, und ich durfte da hinfahren und habe eben diese Bilder gemacht. Und Lea kenne ich auch, weil sie danach noch beim Foto Girls Day als Teilnehmerin dabei war. Also da hat sie dann mitgemacht. Das war auch in diesem Jahr im Sommer, also kurz danach haben wir uns schon wiedergesehen. Und danach hat sie noch auf Marbach geholfen. Es gab im August ein Riesen-Event zusammen mit Alisa Konrad und Gabriele Bosell. Das ging drei Tage lang. Und da war Lea, die ihr hier auf diesem Foto mit ihrer Reitbeteiligung übrigens Jay seht, eben auch als meine Assistentin mit dabei oder als unsere Assistentin und hat sich da super geschlagen. Und genau, das vielleicht noch so ein bisschen zu unserer persönlichen Geschichte. Und ich finde sie so krass fotogen. Und ich hoffe, dass ich sie im nächsten Jahr auch nochmal mit Jay zusammen vor die Kamera bekomme. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Dieses Foto, das sind Marie und Agla. Vielleicht wisst ihr das mittlerweile. Cover Models. Und das ist total schön, denn die Geschichte hinter diesem Bild ist wirklich richtig, richtig schön. Ich nenne dieses Licht, was wir hier haben, das letzte Licht des Abends ja immer super gerne Zauberlicht. Und ich finde, der Begriff Zauberlicht passt einfach absolut perfekt zu diesem Bild. Und das Schöne an diesem Bild ist eigentlich, ja, hatte ich gerade schon gesagt, vor allem auch die Geschichte dahinter. Denn es wäre fast nicht entstanden. Und zwar, weil Marie das Shooting fast abgesagt hätte. Und zwar ist es so, dass sie dieses Shooting auch geschenkt bekommen hat. Also es ist ein Kundenshooting. Und schon vor einiger Zeit. Also sie hatte den Gutschein schon ziemlich, ziemlich lange. Und Agla, ihre Islandstute, war leider wirklich die ganze Zeit krank. Und eigentlich war ihr Traum, ein Fotoshooting in Renesse zu machen. Das hat dann nie stattgefunden. Und das hat wirklich, also der Gutschein war jetzt dann schon ein paar Jahre alt. Ich weiß nicht mehr, wie alt ganz genau. Das müsste ich nachgucken. Aber auf jeden Fall schon relativ alt. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt dann einfach da. Also Marie kenne ich auch. Sie hatte schon mal ein Coaching gemodelt. Und wir waren immer wieder im Kontakt. Und irgendwie wäre es auch so schade gewesen. Man weiß ja auch nie, wie es mit so einem Pferd weitergeht. Rafft es sich wirklich nochmal auf? Klappt das mit Renesse noch? Kann man sie dann überhaupt verladen? Also ans Meer fahren mit Renesse? Und dann habe ich gesagt, du pass auf, dann lass uns das doch einfach so machen. Wir haben uns dann kurz geschlossen. Ich komme einfach zu dir zum Stall. Das ist so ungefähr eine Stunde von Düsseldorf. Und wir gucken einfach mal, was geht. Und sie hatte, bevor Agla krank geworden ist, auch ganz lang immer wieder mit ihr Liegen geübt. Und durch diese Krankheitsgeschichte konnten die beiden das eben nicht mehr üben. Beim Shooting ging es aber schon wieder besser. Aber wir konnten jetzt keine Reitbilder machen, sondern nur Kuschelfotos. So, und wir haben uns halt getroffen und die Fotos gemacht. Und Agla war an diesem Tag so, so toll. Es war eh so schön, weil ich Marie eben schon vorher kannte, sie wiederzusehen. Die Zeit mit ihr am Stall zu bringen. Wir haben uns ganz viel Zeit gelassen. Agla noch zusammen geputzt und da rumgetüttelt. Maries Mama war bei dem Shooting noch dabei. Also wirklich einfach so eine total schöne Wohlfühlatmosphäre. Es war ganz toll. Und Marie war sich, wie gesagt, so ein bisschen unsicher von der Kulisse an sich. Ist das schön genug bei uns am Stall? Können wir da wirklich gute Fotos machen? Und wir hatten da so ein bisschen frei Hand, auf welche Wiese wir gehen können. Und ich mag dann Wiesen immer ganz gerne, auch für alle, die gerne fotografieren, so als Tipp, Wiesen immer ganz gerne, die so ein bisschen mit Unkraut und so Gestrüpp und so sind. Ich finde, das sieht immer unheimlich schön aus. Dann haben wir uns da eben eine Wiese ausgesucht, die wir gut finden. Und haben da fotografiert. Wo eben aber auch nicht nur die Wiese gut finden, sondern auch, wo wir wissen, da geht genau die Sonne unter. Marie hatte das auch schon vorher ausgefundschaftet. Man konnte das auch schon sehen, als wir gestartet haben, war die Sonne noch relativ hoch. Und dann kam sie eben runter. Und dann haben wir zum Schluss ausprobiert, also Marie hat es ausprobiert, nicht ich. Ich stand mit meiner Kamera bereit. Hat dann ausprobiert, ob sich Agla auf die Wiese hinlegt. Und sie hat es gemacht. Und ihr seht, die Sonne kommt von hinten. Wirklich wunderschön im Zauberlicht. Wir haben hier richtig schöne Lichtreflexe, also Lichtpunkte mit im Bild drin. Ich finde das ganze Bild von seiner Wärme unheimlich schön. Und ich finde auch wieder, ähnlich wie bei dem Bild von eben, das Versteckte total schön. Ich fotografiere hier relativ weit von unten und nutze hier wirklich die Perspektive, durch das Gras durchzufotografieren, um eben wie so einen geheimen Blick quasi ins Bild rein zu haben. Genau, zu den Einstellungen vielleicht noch kurz. Ach so, Datum. 10.08.2018. Also das Bild ist schon über ein Jahr alt. 20.30 Uhr ist die Uhrzeit. 1.250. Blende 3,5 und ISO 500. Die Einstellung, die ich verwendet habe, auch auf 300 Millimeter. Ach so, und alle Bilder sind übrigens auch mit der Nikon D850 fotografiert. Das ist die Kamera, mit der wir übrigens auch gerade filmen. Meine Lieblingskamera aktuell. Genau, so viel zu diesem Bild und der Geschichte. Covergirl, richtig cool für ein Shooting, was fast nicht stattgefunden hätte, wo so ein, also es sind viele schöne Bilder rausgekommen. Es ist auch noch ein anderes davon in dem Kalender drin. Viele, viele schöne Bilder. Mega süßes Kundenshooting, hat sich absolut gelohnt und ich finde es richtig schön. Und der beste Beweis, am Stall kann man auch schöne Fotos machen. Vor allem, wenn das Zauberlicht da ist. Okay, das Ganze artet jetzt gerade etwas aus. Insgesamt hier dieses Video 30 Minuten. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das Ganze in zwei Teile aufzuteilen. Das hier ist Teil 1 und in Teil 2 gibt es auch noch was zu gewinnen. Also schaut da auch unbedingt rein. Den zweiten Teil gleich direkt nach dem ersten angucken und dabei wünsche ich euch jetzt schon ganz viel Spaß. Und denkt dran, schreibt mir gerne was in die Kommentare. Welches war euer Lieblingsfoto? Habt ihr eins und welches Foto würdet ihr gerne mit eurem eigenen Pferd bei einem Fotoshooting mit mir einmal umsetzen? Ich bin ganz gespannt. Alles Liebe!